Bei mir ist jetzt Uschi Eid, unser Gast des Tages. Sie ist lange Jahre im Bundestag gewesen für die Grünen und hat ein großes Herz für Afrika, ist Afrika-Expertin. Frau Eid, ich habe, als Sie diesen Beitrag gesehen haben, so aus den Augenwinkeln gesehen, Sie haben so ein bisschen ab und zu vor sich hin genickt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, aber ich habe auch deswegen genickt, weil ich zugestimmt habe, dass junge Menschen, wenn sie merken, da liegt ein Staatsversagen vor, dass sie einfach die Ärmel hochkrempeln und mutig genug sind und diese Apathie durchbrechen. Das Zweite, was mir einfällt, ist als ehemalige Bundestagsabgeordnete, dass es offensichtlich im nigerischen Parlament keine Abgeordneten gibt, die die Ausgaben des Staates kontrollieren. Drittens fällt mir ein, dass einer der Mitbegründer von der Organisation, die gegen Korruption gegründet worden ist, Transparency International, Obasanjo, der frühere Präsident Nigerias, ja ein sehr... Er kommt aus Nigeria. Ja, ein bekannter Kämpfer gegen die Korruption war. Und dass das in seinem Land heute so zugeht, ist für mich auch unglaublich. Zumal auch bei der letzten Präsidentschaftswahl der Kandidat, der dann Präsident wurde, ja genau auch gesagt hat, ich werde die Korruption in meinem Land bekämpfen. Aber das ist ja eine Standardformulierung für alle neuen afrikanischen Präsidenten. Ja, aber man hat es ihm eigentlich zugetraut. Und deswegen finde ich es ganz prima, dass einfach die jungen Leute sagen, wir gucken dem nicht länger zu, sondern wir machen etwas dagegen. Und ich hoffe, dass das beispielgebend ist. Geht eigentlich auch, oder glauben Sie, dass diese, das sind ja winzige Organisationen, die das auf lokaler Ebene machen, denken Sie, dass die auch so eine Art, wie soll ich sagen, positiven Schneeball-Effekt auslösen können? Also wenn das natürlich nur auf die Region, wo sich die Schule befindet, konzentriert, dann ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass die Medien da sind, die so etwas bekannt machen. So, wie wir jetzt darüber berichten. Sie sind voll in Ihrem Thema. Ich merke das, ich freue mich. Wir reden gleich noch weiter darüber. Willkommen zurück. Meinen heutigen Gast des Tages, Uschi Eid, haben Sie vorhin ja schon kurz kennengelernt. Und jetzt stellen wir Sie Ihnen noch mal etwas ausgiebiger vor. Insgesamt 20 Jahre saß sie für die Grünen im Bundestag. Und ihr Herz, das haben Sie auch schon gemerkt, schlägt für Afrika. Drei Jahre lang hat sie selbst in Eritrea gelebt. Uschi Eid war parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und G8-Afrika-Beauftragter der Bundesregierung unter Gerhard Schröder. Und Uschi Eid kämpft für sauberes Wasser auf der ganzen Welt. Bis 2015 war sie im UN-Beratergremium für Wasser und sanitäre Grundversorgung. Um Wasser geht es auch bei ihrer Lehrtätigkeit an der Universität Osnabrück, wo sie das Modul Wasser als Lebensgrundlage verantwortet. Und jetzt schließt sich der Kreis mit Afrika. Seit drei Jahren ist Uschi Eid außerdem Präsidentin der Deutschen Afrika. Eine lange beeindruckende Liste von Tätigkeiten. Respekt, fangen wir mal mit den Basics an. Weil unter Deutscher Afrika-Stiftung kann man sich so alles und nichts vorstellen. Was macht diese Stiftung? Die Deutsche Afrika-Stiftung ist ein eingetragener Verein, der voll und ganz vom Auswärtigen Amt der Bundesregierung finanziert wird. Das heißt, wir sind quasi eine Vorfeldorganisation, deren Aufgabe es ist, Afrika als Thema in die deutsche Öffentlichkeit zu tragen, aber auch zu versuchen, ein realistisches Bild in den politischen Raum hineinzutragen. Weil viele haben schon was von Afrika gehört, als Kind, Albert Schweitzer in Afrika, aber auch... Zu Stereotypen im Kopf quasi. Und wir haben den Auftrag, einfach die Schwächen und die Stärken über Afrika zu diskutieren, mit unterschiedlichen Organisationen. Wir führen Veranstaltungen durch. Wenn zum Beispiel hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Afrika kommen, dann versuchen wir, Programme für sie auszuarbeiten und hauptsächlich eben in Dialog zu treten, auch mit deutschen Bürgerinnen und Bürgern. Das Afrika-Bild zu realisieren und kommunizieren. Ja, und kompletieren, ja, ja. Jetzt komme ich zu Ihnen persönlich. Warum gerade Afrika? Ihre Begeisterung, Ihr Interesse, Ihr Engagement dafür? Wissen Sie, alle jungen Leute haben ja eine rebellische... Nicht alle, aber viele haben eine rebellische Phase. Und als ich jung war, haben in sehr vielen Ländern Afrikas die Menschen für ihre Unabhängigkeit gekämpft und für die Entkolonialisierung. Das war während meiner Studentenzeit. Und da habe ich... Damals gab es noch die verfasste Studentenschaft in Baden-Württemberg. Und da war ich im AStA und da habe ich mich engagiert im AStA. Und im Studentenkonvent, damals hieß das Parlament Studentenkonvent. Und so bin ich da allmählich mit reingewachsen. Wie Sie dann ja selber in Afrika auch gelebt haben, drei Jahre. So ist es, als die Grünen 1980, 1990 nicht mehr in den Bundestag kamen, hatte ich die Gelegenheit, drei Jahre nach Ostafrika zu gehen, nach Eritrea. Dort war gerade der Unabhängigkeitskrieg zu Ende gegangen. Und ich war aufgrund meiner Geschichte eine der wenigen, die überhaupt damals wussten, wo Eritrea in Afrika liegt. Das ist vielleicht heute auch nicht viel anders manchmal. Und ein CSU-Minister hat sich durchgerungen, eine Grüne nach Afrika zu schicken. Es ist Ihnen ja ein großes Anliegen, was Sie schon über die Afrika-Stiftung gesagt haben. Dieses klassische Bild, wir noblen Menschen im reichen Westen schicken netterweise für die, ich sage das jetzt mal bewusst gemeint, für die Armen, dort Entwicklungshilfe hin. Das geht Ihnen richtig auf den Geist, glaube ich. Das geht mir ziemlich gegen den Strich, ja. Welches Bild wollen Sie, was ist das andere Bild? Nein, der Punkt ist erst mal der, afrikanische Regierungen sind für ihre Bürgerinnen und Bürger erst mal selber verantwortlich. So wie das auch unsere Regierung ist, für uns deutsche Bürger verantwortlich zu sein. Und ich habe in Eritrea erlebt, wo ich bin ja, da mischt mich ja immer sehr gern sehr schnell ein, wenn ich merke, da läuft irgendwas falsch, dann hat man mir sehr klar gesagt, du bist Gast hier. Als Sie in Eritrea waren. Als ich in Eritrea war. Damals war die Situation nicht vergleichbar mit jetzt, ja. Aber man hat, auch meine Freunde haben gesagt, du bist Gast hier, wir machen das, ja. Also du musst hier das nicht machen, sondern du bist Gast hier. Und da habe ich sehr schnell gelernt, dass man auch andere entmündigt. andere durchaus zu einer Empfängermentalität erziehen kann, wenn immer gleich jemand da ist, der einspringt und die Probleme löst. Und damit unterdrücken wir das Suchen nach eigenen Reformen, nach eigenen Veränderungen, weil wir immer dann kommen, auch mit unseren eigenen Vorstellungen, wie sich ein Land vielleicht entwickeln soll. Unsere Meinung nach. Ist Ihnen deshalb diese wirtschaftliche Kooperation so wichtig, dass man quasi auf Augenhöhe, das ist so ein Ausdruck, glaube ich, von Ihnen sich begegnet, dass die Wirtschaft investiert? Ja, das hat aber auch einen anderen Grund. Das Problem ist ja in Afrika, dass wir im Moment eine, wir haben so viele Jugendliche, also in vielen Ländern ist ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung gerade mal 20 oder 25 Jahre alt, ja. Und die Frage ist, wie kriegen die Länder dort es hin, dass diese jungen Leute eine gute Ausbildung bekommen und dann aber auch in existenzsichernde Beschäftigungsmöglichkeiten kommen. Und dann auch dort bleiben. Da schließt sich ja der Kreis zu dieser riesigen Debatte über Flüchtlinge auch wieder. So ist es, ja. Und dazu gehört es einfach, dass dort sich die Ökonomien differenzieren und dort dann auch regionale Wirtschaftskreisläufe sich entwickeln. Also dass in Ostafrika, es gibt ja solche Zusammenschlüsse von Staaten in Ostafrika, aber auch in Westafrika, Ecovass in Westafrika, dass die dann auch untereinander Handel treiben und dass dann auch die wirtschaftlichen Bedingungen so sind, dass auch unternehmerische Freiheiten existieren oder sich entwickeln können, damit dort investiert wird. Denn die Kapitalflucht, ja, hat ja auch Gründe. Also es geht ja viel mehr Kapital aus Afrika raus, als nach Afrika reinkommt. Soll denn auch mit diesen Staaten, ob jetzt halt von staatlicher Seite oder von Wirtschaftsunternehmen kooperiert werden, wie wir gerade gesehen haben, in Nigeria, die brutale Regime sind, die korrupt sind? Auch dorthin oder da nicht hin? Nee, ich meine, wenn Unternehmer gute Partner finden in einem anderen Land. Unterhalb des Staatslevels. Unterhalb der Staatsebene. Das ist ja eigentlich logisch, ja, dass Privatunternehmen dort mit Partnern zusammenarbeiten, um dort zu investieren, ja. Also mit dem Staat würde ich in vielen Ländern kein Geschäft machen, ja. Wir haben eine kleine Rubrik gegen Ende, wo wir leider schon langsam hinkommen. Die heißt Drei Geständnisse. Die möchte ich Ihnen entlocken. Jetzt wird es ein bisschen privater, sozusagen. Sie kommen aus einem Dorf in der Pfalz. Sie haben Ihren Vater früh verloren. Sie mussten kämpfen, dass Sie aufs Gymnasium kommen. Wie hat Sie das geprägt? Ja, dass ich meinen eigenen Kopf habe und mich gegen viele Dinge durchsetzen musste, um selbst in der engen Familie, dass ich aufs Gymnasium durfte und dass ich dann auch, ich sollte Postbeamtin werden, da musste ich erst mal, mein Vater war bei der Post, ja. Und da musste ich mich erst mal durchsetzen, dass ich auch Abitur machen durfte. Und von daher, glaube ich, kommt dann auch meine, ja, meine Energie, um mich durchzusetzen. Sie haben, heißt es zumindest in den Unterlagen, die ich gelesen habe, 1980, als Sie in die Grünen eingetreten sind, die Welt aus den Angeln heben wollen. Was ist daraus geworden? Ja, das kommt aus dieser rebellischen Zeit, in der Tat. Aber ich bin sehr bescheiden geworden. Das habe ich ziemlich bald im Deutschen Bundestag gelernt, dass es schon große Erfolge waren, wenn ich mit CDU-Kollegen, damals war man ja fast noch sehr gegnerisch, ja. Ihr habt ja böse Zwischenrufe auch am Anfang. Ja, aber das habe ich mir auf die Fahne geschrieben gehabt, dass ich mit anderen Fraktionen oder Mitglieder der anderen Fraktionen einfach menschlich umgehe und erwarte, dass die das auch mit mir tun. Sie sind da ja richtig, wenn da jemand Ihnen quer kam, anschließend hingegangen und haben gesagt, sag mal, kennst du mich eigentlich? Genau, das habe ich dann gemacht und habe gesagt, wieso wissen Sie, dass ich noch nicht gearbeitet habe? Das wissen Sie gar nicht, ja. Und bin dann mit denen so ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gesagt, ach, warum trinken wir nicht eine Tasse Kaffee? Dann ist man ins Bundestagsrestaurant gegangen und dann hat sich das gelegt. Und ich glaube... Und Sie im Wollpullover und die Herren von der CDU-CSU in Schlips und Kragen vermutlich, am Anfang zumindest. Nee, Wollpullover habe ich grundsätzlich keine getragen, aber ich war in der Tat sicherlich nicht so schick angezogen, wie man das vielleicht erwartet hätte von einer Dame im Deutschen Bundestag. Sie sind, waren parlamentarische Staatssekretärin in der Regierung Schröder unter der Entwicklungshilfe Ministerin wie Zorik Zoll. Die haben sich mit Schröder prima verstanden, weil sie mal gesagt haben, na, der hat wenigstens, wenn er in Afrika war, nicht von oben runter, sondern gleich geredet. Gab es auch mal im Moment, Staatssekretär für unsere Zuschauer, eine Stufe unter Minister? Gab es mal den Wunsch, ich möchte auch Ministerin werden? Ja, natürlich, wenn man parlamentarische Staatssekretärin ist, dann ist es ja möglicherweise der erste Schritt. Aber das war mir schon klar, dass das eher illusorisch ist, denn ich gehöre ja immerhin einer Partei an, die nur eine begrenzte Anzahl von Ministern stellen kann und es nicht immer zu einer Koalition kommen würde. Frau Eid, wir sind am Ende leider. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Es hat mir viel Spaß gemacht und bleiben Sie weiter so energisch, kann ich nur sagen. Dankeschön. Dankeschön.